Schönen guten Tag, meine Lieben. Wie geht's euch? Hoffentlich prima. Ja, 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 ja. die wir vor uns in der Umgebung haben. Was sind die Veranstaltungen, die wir mit dem Gelegenheiten nutzen können? Also, unser Landziel für heute ist... Am Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz, wie gesagt, was gibt es im Büro? Was gibt es im Büro, was gibt es im Büro, im Büro im Büro, im Büro im Büro im Büro im Büro. Und wie können Sie lazy visiting die bei E-maililon. Das ist unser Thema heute. das Nummer eins Nummer zwei Nummer zwei Nummer zwei zum sh концant des Gesamtik. Das ist der Geogonkur im Geoghamaltik. , aber Tool. Das ist unser Thema für heute. Der Bildschirm. Das ist der Bildschirm. Der Monitor beteiligt den Computer. Der Bildschirm. Und wie immer, ich lese vor und bitte spreche immer nach. Der Bildschirm. Sehr gut. Dann die Tastatur. Das ist die Tastatur. Bitte noch einmal. Die Tastatur. Sehr gut. Und der Schrieder. Der Schrieder. Was ist der Schrieder? Das ist der Schrieder. Der Schrieder. Noch einmal bitte. Ja. Der Schrieder. Der Locher. Noch einmal. Der Locher. Das ist der Locher. Noch einmal. Der Locher. Sehr gut. Machen wir jetzt weiter. Der Schrieder. Das ist der Schrieder. Ja. Der Schrieder. Und der Schreibtisch. Der Schreibtisch. Da immer für كل Pirou, für كل Mektor, für كل Mekan Amal. Für Schreibtisch. Der Schreibtisch. Und der Schreibtisch. Das ist der Schreibtisch. Sehr gut. Machen wir weiter. Die Büroklammer. Die Büroklammer. Die Büroklammer. Das sind die Klammer. Die Büroklammer. Schließe das Wort jetzt vor. Bitte spreche nach. Die Büroklammer. Klammer. Sehr gut. Was gibt es noch? Der Taschenrechner. Der Taschenrechner. Da ist man im Büro immer gut. Taschenrechner. Der Taschenrechner. Sehr gut. Wir sind beim Thema Pirou. Das Klebepand. Noch einmal. Das Klebepand. Ja. Das ist das Klebepand. Machen wir weiter. Der Stempel. Stempel. Und ich sage P. Der Stempel. Das ist ein Stempel. Stempel. Sehr gut. Was haben wir noch? Der Tacker. Wir haben auch der Tacker. Das ist der Tacker. Okay. Wir machen weiter. Der Ordner. Der Ordner. Ja. Die bin es an mir. Ordner. Der Ordner. Machen wir weiter. Wir haben noch Papierkorb. Korb. Im Zeichel P. Papierkorb. Der Papierkorb. Sehr gut. Und der Pin. Der Pin. Ja. Das ist der Pin. Sehr gut. Und der Kalender. Das ist ein Kalender. Das ist ein Kalender. Sehr gut. Der Textmarker. Der Textmarker. Das ist ein Marker. Textmarker. Sehr gut. Die Schere. Die Schere. Das ist eine Schere. Okay. Wie wir sehen, haben wir alle alle, die Objekte. Das ist ein Kalender. Am Arbeitsplatz. Der Briefumschlag. Der Briefumschlag. Ja. Das ist der Briefumschlag. Der Brief umschlagen. Sehr gut. Was haben wir noch? Ja, wir haben auch Klebestift. Der Klebestift. Sehr gut. Und die Maus. Die Maus. Und was ist das? Der USP-Anschluss. Sehr gut. Ich lese noch einmal, bitte. Sprecht nach. Der USP-Anschluss. Sehr gut. Was haben wir noch? Ja, wir haben das CD-Laufwerk. Ja, das ist das CD-Laufwerk. Wir haben auch das Telefon. Sehr gut. Der Fax. Der Fax. Das ist ein Fax. Okay. Okay. Der Fax. Das ist ein Fax. Der Fax. Das ist ein Fax. Der Fax. oder die Arbeit sprechen. Wir sprechen über die Arbeit. Wie können wir sprechen? Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Ich arbeite bei der Firma. Die معlومة مهمة لازم نكون مستوعبينها واحنا عملناها في حليقات قبل كده. إن إحنا دايما نقول أنا شغال في شركة اسمها كذا. لكن إحنا في الغالب في Deutsch بنقول أنا شغال عن شركة لدى شركة عشان كده مهمة قوي نكون عارفين buy. Das ist eine preposition. 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 Ich arbeite bei der Firma Siemens. Ich arbeite bei der Firma Mercedes. Das ist eine preposition. Und so weiter. Jeb al manigen ist tagdem. Firma jeb al prepositionen munaesib bei. Wo arbeitest du? Ich arbeite bei der Firma. Was kann man auch sagen. Möken uul etenii. Ja. Ich habe im Moment keine Arbeid. 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 Sehr gut. Möken uul etenii. Ich bin arbeidslos. Ich bin arbeidslos. 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 Ich bin arbeidslos. Ich bin arbeidslos. Okay. Was sagen wir noch? Was macht die Firma? Das ist der Firma. Was macht die Firma? Was macht die Firma? Das ist die Firma. Ich habe im Moment keine Arbeit. Wenn ich nicht alles arbeite, bin ich arbeitslos. Arbeitslos ist also arbeitslos. Wenn ich in der Firma arbeite, oder ich arbeite in der Firma, okay, die Firma arbeitet in mir. Sie arbeitet in mir. Was macht die Firma? Was macht die Firma? Unsere Firma macht. Die Firma macht. Die Firma macht. Und ich sage, wir haben die Firma macht. Wir machen, wenn wir uns wunderschön, wollen wir uns über die Rede, wie die Gehäuser oder die Gehäuser benutzen. Wir machen weiter. Seit wann? Seit wann? Mein Ihmter? Seit, das ist auch eine Präposition. Seit wann? Ich sage, wir schauen alle, über die Gehäuser-Zeit. Wir sprechen von der Zeit, das ist das Jahr, und wenn er es ist, wie wenn ich mich in der Zeit habe. Oder das ist. Ich sage, dass es in der Zeit ist. Seit wann? Arbeidst du dort? Mit, wenn du hier arbeiten? Seit wann? Mäntä? Arbeidst du dort? Siegut. Okay. Was machst du genau? Du bist. Du bist. Was machst du genau? Okay. Wenn ich um sieben Uhr ankommen, wenn ich um sieben Uhr ankommen, muss ich. Sehr gut, wir machen jetzt weiter. Was gefällt dir an deinem Job? Was gefällt dir an deinem Job? Was gefällt dir an deinem Job? Das gute ist. Das gute ist. Das wir ein gutes Arbeitsklima haben. Arbeitsklima. Atmosphäre. Das ist das gute. Das schlechte. Das schlechte. Das schlechte. Das schlechte. Sehr gut. Wir machen jetzt weiter. Wo hast du gearbeitet? Wo hast du gearbeitet? In einem Krankenhaus. In einer Fabrik. In einem Krankenhaus. Okay. Was hast du gearbeitet? Was hast du gearbeitet? Wir machen jetzt über die Vergangenheit. Wir machen jetzt über die Vergangenheit. Ich habe als Krankenpfleger. Ich habe als Krankenpfleger in einem Krankenpfleger in einem Krankenpfleger. Okay. Ich habe als Krankenpfleger in einem Krankenpfleger gearbeitet. Sehr gut. Ich war Angestellte. 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 Wir haben jetzt in einem Krankenpfleger in einem Krankenpfleger. Wir haben keine Aufmerksamkeit. Ich habe Angestellte bei Mercedes. Die Scherket Mercedes. Sehr gut. Wie lange arbeiten du brotag oder brotag? Wie lange? Frage Sie своих Wort. Wie lange bet fahren? vous Après. In einer Zeit? Or aż ich los, die Woche, der Woche. Oder Monate, den Wochenende. awsze Vivien. có perpet auf gewünschte, die Zeit. Es kosten mittler. Es ist ein unge vorer Zeit. Das ist ein Stück. Was für die Zeit. Vers Felix der Nacht. Je benutze Zeit. 6 Stunden, 6 Stunden pro Tag für jeden zwei Tage in der Woche zwei Tage in der Woche, 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 in der Woche. Sehr gut. Wie viel Urlaub hast du im Jahr? Do Jeigut Wie viel Urlaub hast du im Jahr? Give Time for a week melhor Schsolder Das muss man jetzt eigentlich wissen, was machst du genau, was gefällt dir? die das gut ist wenn wir das 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 jetzt das faire das 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 Ich frage Ich frage nach dem Namen. Ich frage nach dem Namen. Wer spricht bitte? Wer spricht bitte? Wer spricht bitte? Wer spricht bitte? Oder Mit wem spreche ich bitte? Mit wem? Ich frage nach dem Namen. Ich sage eine andere Art. Die Gummelt. Die Gummelt. Die Gummelt. Die Gummelt. Die Gummelt. Ich frage nach dem Namen. Ich frage nach dem Namen. Wer spricht bitte? Wer spricht bitte? Wir wollen wir sagen. Das ist ein Name. Das ist ein Name. Und wenn ich mein Name habe, und ich würde mich überlegen, würde ich sagen, würde ich sagen, Viva, Viva Ihr Name. Was ist Ihr Name? Oder wie ist Ihr Name? Was ist Ihr Name? Oder können Sie bitte noch einmal Ihr Name sagen? Wenn ich mit Herrn Klaudenberg verbunden habe, bin ich mit Herrn Klaudenberg verbunden? Also das Erste dritte ist. Wenn ich zum Beispiel ein Ch!". Wenn ich mit Herrn Klaudenberg verbunden habe, war important. Super? Sprach ich mit Herrn, bla bla bla, ein ism? Sprach ich mit Frau, hallo ich kallem ma dame, fulana, ein ism? Wir brauchen wir wie wir als Gewalt wissen können, wenn wir uns erstellet haben, wenn ich meine Schwerste bei Markos Palau oder wenn ich sie auf dememütigte, wohnen, wenn ich sie Ben ich hier richtig bei Markus Pala? Ich bin hier richtig bei Markus Pala. Ich bin klar, ich weiß, ich bin mir gerade bei dem Mann? Aber ich kann jemanden, ich bin gleich. Aber ich würde jemanden, ich bin jemanden, oder ich bin jemanden, ich bin jemanden. Ich bin jemanden, ich bin ich bin und ich bin erlaubt. Ich bin ich bin ich mit Leuten da. Ich bin ich meinstig. Ich bin hier richtig. Und ich bin ich hier richtig. Ich bin ich hier richtig. Oder Frau Fulana. Ich verlasse eine Person am Telefon. Ich verlasse eine Person am Telefon. Könnte ich mit Herrn oder Frau sprechen? Könnte ich mit Herrn oder Frau sprechen? Sehr gut. Ich hätte gern mit der Sekretärin von Herrn oder Frau gesprochen. Könnte ich mit Herrn oder Frau sprechen? Sehr gut. Das heißt, die Einkaufsabteilung. Sehr gut. Oder verbinden Sie mich? Das ist wie wir sagen. Das ist wie wir sagen. Woseln. 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 Ich möchte mich mit Frau Schneider sprechen. Frau Schneider ist nicht möglich. Sie haben immer die Gespräche. Ich kann mich über die Einladung auf die Frage stellen, was ich sage, Frau Schneider ist ein ganzes Tag, ganzes Tag, in einer Sprechung, in einer Sprechung. Es gibt Menschen mit ihnen zu sprechen, die wir über den Meeting sprechen können. Das ist ungefähr die Zeit. Frau Schneider ist den ganzen Tag in einer Beschpreschung. Sehr gut. Wie kann man sagen? Okay, jemand kommt in den Mektor und fragt auf Herr Künzl. Herr Künzl. Okay, das ist nicht möglich. Ich kann diese Ausführung mit dem Schatz. Herr Künzl kommt erst um 14 Uhr wieder in Spiro. Er ist nicht möglich. Aber ich weiß, dass er um 14 Uhr ist. Ich kann die Ausführung mit dem Schatz. Herr Künzl kommt erst um 14 Uhr wieder in Spiro. Er ist wieder wieder in Spiro. Er ist wieder in Spiro. 14 Uhr. 14 Uhr. Er ist wieder in Spiro. Sehr gut. Kann ich noch ein paar Mal geben? Als Auskunft. Für die Auskunft. Hier Magnus ist aus der Haus. Herr Künzl. 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 Ich habe den Satz. Noch einmal einen Satz. Herr Künzl. Ich leise den Satz noch einmal. Frau Künzl. Herr Künzl. Herr Künzl. Sehr gut. Herr Künzl. Ja. Bema inna bin ich kallim auf die Ägäze. Fämmöken nuklein in die Ägäze. Und sie wird wieder in die Ägäze. Oder sie hat eine Ägäze. Sie hat eine Ägäze. Zum Beispiel Frau Lehmann hat diese Woche Urlaub. Für die Ägäze. Frau Lehmann. Im Urlaub. Sehr gut. Im Urlaub. Im Urlaub. Im Urlaub. Im Urlaub. Im Urlaub. Wir sind noch beim Thema. Wir sprechen jetzt über. Ja. Es sind viele. Der Mann. Der Mann. Der Mann. Der Mann. Das heißt auf Deutsch. Weitere. Weiter leiten. Im Urlaub. Im Urlaub. Im Urlaub. Im Urlaub. Im Urlaub. Im Urlaub. Sie haben ein Irma. Der Mann. Im Urlaub. Im Urlaub. Im Urlaub. Frau spricht gerade, Möchten Sie weiter? Saat, أنا عاوز أحاول المكلمة. بس الشخص اللي أنا أحاول المكلمة هو مجغول. فقدر أقول له طب هو مجغول دلوقتي. ممكن حضرك تنتظر لحظة. Frau oder Herr spricht gerade. هما بيكلموا دلوقتي. هما مجغولين دلوقتي. Möchten Sie warten? لو سمحت ممكن تنتظر. Möchten Sie warten? Sehr gut. Der Anschluss ist besetzt. ساعات بحاول أحاول المكلمة لشخص. بس الشخص دوت مجغول عنده مكلمة تانية. فقدر أقول للشخص اللي يكلمني. Sorry أنا آسف. بس Der Anschluss ist besetzt. Der Anschluss ist besetzt. يعني الخط مجغول زي ما احنا بنقول. Sehr gut. Was haben wir noch? Ja. Ja. ساعات لما شخص عاوز يتصل بحد. وبس الخط مجغول. فاقول لي معايش حاول تاني. فاقوله طب أوكي انتظر لحظة. وأنا هحاول تاني. Bleiben Sie bitte am Apparat. ساعات لangoش خطرة. ساعت لما شخص عاوز يتصل بفها رغب. نجح بسيان بعد. brutal. karma شخص عاوز يتصل بُعما شخص. انتظر بحظة لي معايش حاول؟ أنا هحاول تاني. ج experimentation. اسочку عاوز يتصل بtır ب pasta. Ich versuche es noch einmal. Sehr gut. Tut mir leid. Der Titel ist, dass wir in der Hälfte sind. Tut mir leid. Frau oder Herr spricht immer noch. Ich habe mich immer noch nicht geholfen, aber ich habe mich immer noch nicht geholfen. Ich habe immer noch nicht geholfen. Das heißt, tut mir leid. Frau oder Herr spricht immer noch. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Das ist ein bisschen wichtig. Wir haben noch nicht geholfen. Wir wollen uns mit dem Menschen kommen. Aber ich habe immer noch nicht geholfen. Wir haben noch nicht geholfen. Wir haben etwas geholfen. Wie wir sagen, das auf Deutsch sagen. Möchten Sie eine Nachricht? Nachricht? Das ist ein bisschen geholfen. Man muss sich eine Nachricht hinterlässt werden? Sehr gut. In Bego. Telefonieren. Wir wissen, dass wir sehr gut sind. Wir haben uns zu fragen. Wie können Sie sich fragen? Wie können Sie sich fragen? Wie können Sie sich fragen? Wenn ich eine Beanzösung für die Beanzösung. Wie können Sie sich fragen? Wie können Sie die Beanzösung für die Beanzösung? Wie können Sie sich fragen? Das Mal? Das Mal? Das sagte sie an. Ich vs. meine Hilfe an. Ils practitionerer gibt es die Beanzösung für die Beanzösung. die wir in die Hand nehmen können. Wir können uns jetzt ein bisschen auf die Hand nehmen. Ich bitte meine Hilfe an. Ich bitte meine Hilfe an. Ich bitte meine Hilfe an. Wie kann ich mit dem Telefon auf die Hand nehmen? Kann ich ihm etwas ausrichten? Kann ich ihm oder ihr etwas ausrichten? Und ich kann mich etwas ausrichten. Ich kann mich etwas ausrichten. Ein Moment. Ein Moment. Ich sehe nach ob er da ist. Hatte zuhören bei mir. Hale hier oder Frau fulana ist? Aber ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, ob er da ist. Ich sehe nach ob er da ist. Ein Moment. Ich sehe nach ob er da ist. Kann ich Ihnen vielleicht weiter helfen? Sehr gut. Kann ich Ihnen vielleicht weiter helfen? Kann ich Ihnen vielleicht weiter helfen? Sehr gut. Worum geht's denn? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen? Ein Mann hat sich mit mir in der Arbeit und er hat eine Arbeit und er hat eine Maschine. Er hat eine Maschine, aber ich wollte ihn nicht wissen, was ich weiß, was ich weiß, was er ist. Ich habe ihn mit dem ersten Mal gefragt. àyحكيليالموضوع ده احكيلي الموضوع وأنا اقادر اساعد حضرتك حضرتك المشكلتك عن ايه الموضوع بيدور حوالي ايه ازاي يقولوا auf Deutsch بنقولوا كده بالالماني فيما يخص ايه ورم جيتس دن vielleicht kann ich ihnen ja helfen Also, wenn ich nur gewusst habe, kann ich es helfen. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Sehr gut. Vielen Dank. Muss ich vielleicht mit jemandem anderen Sprachen? Nein, ich kann es nicht machen. 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 Möchten Sie vielleicht mit jemandem anderen Sprachen? Jemanden. Schachsumme. Ander. Schachsumme. Möchten Sie vielleicht mit jemandem anderen Sprachen? Machen wir weiter. Ja. Kann Sie hören? Möchten Sie hören? Möchten Sie hören? Möchten Sie hören? Möchten Sie hören oder Frau? Möchten Sie hören? Möchten Sie hören oder Frau? Möchten Sie hören? Oder wie ist Ihre Telefonnummer Peter? Okay, wir sprechen noch bei einem Thema Telefonieren. Mوضوع مهم قوي, كلام فيه كتير. لأن المواقف فيه بتبقى مختلفة. من, أنا بسع عن الاسم. أنا بطلب استعلامات أو استعلم عن شيء محدد أو بقدم استعلامات. زي ما شفنا الآن إزاي أو إيه التعبيرات المستخدمة عشان أقدم الهلفة, أقدم مساعدتي. إزاي أقدر أحاول المكلمة أو إيه التعبيرات المستخدمة عشان أقدر أحاول المكلمة من شخص إلى شخص. هنكمل. هيا طرح هنتكلم على إيه دلوقتي. هنتكلم على إيه بكومي ديزي أنتفورتن. ساعات أنا ما بكلم في تليفون إيه هي الإجابات للأنتفورتن اللي الشخص ممكن يحصل عليها. ساعات كثيرة بقول أوكي خلاص أنا مش محتاج أنك تحولين لحد أو أنا خلصت اللي أنا عاوزه شكرا. إيه روفي دان شبیتر شبیتر بعد كدر أنا هاب أبطسل تاني. إيه روفي دان شبیتر نوخ اي مال ان. إيه بوابير اس جلش نوخ اي مال. هلوث أنا ها حاول تاني ها قراب تاني. دسهيست إيه بوابير اس جلش نوخ اي مال. إيه بوابير اس جلش نوخ اي مال. Sehr gut. Was machen wir noch? ساعت؟ Ich bin nicht weiß, ich habe ein paar Fragen gemacht. Ich habe den Aussage eingeführt in der M normalmente. Aber ich weiß nicht warum hier alles wache ich meine. Wie wir sagen, ich kann man einen Gelegag für euren, kann ich auf die Minden gehen. Oder was ich für einen Arne geweisst bin. Das heißt, was? Auf Deutsch im Deutschland ist es An wen kann ich mich noch gewinnen? Das ist ein Affirmes wundermeld. Ich kann mich wirklich auf das Wort und treffe ihn aus? Ich kann mich auf meine Reden gewinnen. An wen kann ich mich noch gewinnen? wenden. Sehr gut. Wer ist noch für den Einkauf zuständig? Das ist ein sehr wichtiges Wort. Zuständig. Und da immer in den Staden machen wir Verb sein. Ich bin zuständig. Die Verb in den Staden kennen wir zuständig. Das Verb sein wie Präposition ist für. Der Tarki betrifft jetzt sein Präposition für und zuständig. التركieبة دي معناها مسؤول عن كذا. الشخص المختص بكذا. turdichflöcke. Ich bin für حاجة zuständig. Up its 할igerma. Ist das sehen. Ich bin zuständig. Wer ist chocolat? Ist propio bin ich bist für Wer ist noch für den Einkauf zuständig? Sehr gut. Ja gern, ich gebe Ihnen noch mal meine Telefonnummer. Ich gebe Ihnen noch mal meine Telefonnummer. Bitte richten Sie ihm oder ihr aus. Bitte richten Sie ihm oder ihr aus. Wenn Sie er mit ihm oder ihr aus belaget, belaget ihr aus. Wenn Sie er mit ihm oder ihr aus belaget, belaget ihr aus. Wenn Sie ihm oder ihr aus belaget, belaget ihr aus. Wenn Sie ihn oder ihr aus belaget haben, belaget ihr aus, belaget ihr aus, belaget ihr aus. Aus richten, belaget ihr aus, belaget ihr aus. Und was machen wir noch? Einige Schlussformel. Äh, nachher, der nächste Mal. En, was wir machen, belaget ihr aus. In das Jahrhundern. Wir hören wieder von einander. Danke für Ihren Anruf. Schöcker für Ihren Anruf. Sehr, sehr gut. Das war das Thema heute Abend. Es war am Arbeitsplatz, im Büro, im Büro, im Büro, im Büro. Wir können uns über die Anruf abw-müssen, wenn wir arbeiten? Wem, wenn wir? Oder wenn wir? Was wir? Wir haben uns über die Anruf, die wir uns über die Anruf genießen. Und wir tun sie auch über die Anruf zu machen und die Anruf, die wir im Büro, die wir sehen. Ich hoffe, wir haben uns über die Anruf genießen. Und wir haben die Anruf genießen, die wir in den Abwärmung an die Anruf genießen können. Und auf Wiedersehen. Tschüss.